Die ukrainische Armee hat bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes nach eigenen Angaben Erfolge zu verzeichnen. Die russische Militärverwaltung lässt immer mehr Orte in den besetzten Gebieten evakuieren. Seit heute haben die Streitkräfte der Ukraine mehr als 30 Siedlungen in der Region Kharkiv befreit und unter ihre Kontrolle gebracht. In einigen Dörfern sind die Sicherheitsprüfungen noch nicht abgeschlossen. Wir übernehmen nach und nach die Kontrolle über neue Siedlungen, bringen überall die ukrainische Flagge und den Schutz für unsere Bürger zurück. Einige dieser Orte waren seit Beginn des Krieges besetzt. Russland feuerte als Reaktion Raketen auf die Region. Dabei wurden nach Angaben von Kiew mindestens 14 Menschen, darunter auch Kinder, verletzt. Daneben bereitet die Lage im umkämpften Atomkraftwerk Saporizhia verstärkt Sorgen. Der Beschuss hat einen vollständigen Stromausfall in Ennerhuda verursacht und gefährdet den Sicherheitsbetrieb des nahegelegenen Kernkraftwerks Saporizhia. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zuverlässige Stromversorgung wiederhergestellt werden kann, ist gering. Der Beschuss gefährdet das Betriebspersonal und seine Familien und erschwert eine angemessene Personalausstattung des Kraftwerks. Zusammengenommen hat sich das Risiko eines nuklearen Unfalls erheblich erhöht. Der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde fordert eine isolierte Sicherheitszone um das Kraftwerk, um einen atomaren Unfall zu verhindern.